Wenn ich vielleicht wirklich irgendwann mal eine Hose hier aus der Produktion hätte, das hätte natürlich schon was. Wahrscheinlich irgendeinen Arbeitsschritt darin habe ich gemacht. Mein Ziel für dieses Projekt ist, es zu dem nächsten Level zu nehmen. Und um eine Unterschiede zu machen. Eine Unterschiede in der Produktion, eine Unterschiede für die Umwelt und eine Unterschiede für die nächste Generation. Es ist einfach ein einzigartiges Projekt, weil wir auch gerade hier in Deutschland Technologien anwenden können, die die Jeans sauberer machen. Es ist mir halt auch wichtig, dass die Kleidungsstücke, die ich fertige, halt auch lange halten und dass das eben kein Wegwerfprodukt ist. Für mich ist Edward Lyons hier zu arbeiten. Man erhält das natürlich dann auch stolz weiter, dass man selber diese Hose mitproduziert hat. Und das ist ein grandioses Gefühl.